Ja. Was sehe ich da für ein kleines Kind? Ich? Ach, tut mir aufrichtig leid. Du bist kein Kind, du bist nur ein großer Kindskopf. Da kennen wir uns. Ich weiß jedenfalls, dass du ein Jämmerling bist. Und über mich musst du nur wissen, wie gut ich gebaut bin. Warum sprichst du denn so mit mir? Das ist Spottstreiten. Als ob wir das noch nie gemacht hätten. Nun, wollen wir einen Spottstreit beginnen? Ja, gerne. Wenn der genauso leicht ist. Oh ja. Sehr gern. Natürlich wieder immer den hohen Einsatz. Hier ist mein Einsatz. Jetzt kann es losgehen. Wozu einen kleinen oder mittleren Einsatz? Macht keinen Sinn. Wozu? Jedem, der sich sieht, wird der Hunger vergehen. Deine Muskeln sind stark. Deine Eitelkeit nervt. Scheint mir eher, als würde ein Schwein vor mir stehen. Jedem, der dich sieht, wird der Hunger vergehen. Oh Gott. Ich glaube, das letzte. Scheint mir eher, es würde ein Schwein vor mir stehen. Das war gut. Nicht nur bin ich sehr stark, ich sehe auch gut aus. Das findest zwar nur du, aber mach dir da nichts draus. Dein Gesicht und dein Haupthaar sind furchtbar. Nein, für dieses Gesicht kriegst du keinen Applaus. Ich glaube, das ist dann mit dem Gesicht, ne? Nein, für dieses Gesicht kriegst du keinen Applaus. Das ist fantastisch. Nur weiter so. Ich glaube, wir haben es schon geschafft. Zwei von drei reichen ja. Darfst du jemals schon wehen mit so schnittigem Schneid? Du hast Schneid wie ne Keule, bist einfach nur breit. Du bist so grottenschlecht, dafür war ich nicht bereit. In der Tat, bist du ja nicht so... Ich glaube, das erste. Du hast Schneid wie ne Keule, bist einfach nur breit. Brutal. Das gefällt mir. Das reicht aus. Großartig. Selten trifft man einen so zankesbegabten Menschen. Deinen Gewinn hast du dir redlich, zankredlich verdient. Deine Beleidigungen merke ich mir. Äußerst gern geschehen. So, da haben wir Charisma verbessert. Oh, es gibt bald Stufe 6. Es gibt bald Stufe 6. Das war der Sportstreit. Mannin, der Wolfskrieger. Gut, gut, gut.